Wir testen heute, wer schält schneller Kartoffeln von uns beiden. Jeweils 700 Gramm Kartoffeln ist auch genau die gleiche Menge, also es sind jeweils 12, damit es auch schön fair ist und keiner am Ende weint. Ich nehme einfach den guten alten Handschäler und die Mel macht das mit. Dem super neuen Veggie-Schäler. Und los geht's, lass die Spiele beginnen. 12 Kartoffeln in 3 Minuten. Das sind große Hände ganz gut. So, einmal 300 Milliliter Wasser. Stufe. Oi. Ich kann dabei mein Kämpchen trinken. Ach ja, toll. Gut, ich mache jetzt nicht mehr auf Schönheit, ich mache jetzt einfach auf... Ah, tja, ich habe die Hände frei. Zieht euch warm an. So, Kartoffeln 3. Und ich laufe Nummer 3 und 4. Meine fallen glücklich drunter. Stimmt. Was würdet ihr in 3 Minuten machen? Wer hat volle Zeit? 5, 4, 3, 2, 3, 2, 2, 1. Ah. Wie sehen die denn jetzt überhaupt aus? Die müssen erst noch abspülen. Alles klar. Sieht es aus wie ein kleiner Knödel. Ach toll. Ganz süß. Das ist ja nur die spärliche Ausbeute, die ich in drei Minuten hinbekommen habe. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Während du hier den ganzen Topf voll voll geschält, der Kartoffeln hast. Genau. Einmal abspülen und fertig. Ja, aber perfekt, oder? Wunderschön gepielt deine. Ja. Meine hat eher so den Steinzeit-Look dagegen. Gebe ich mich geschlagen. Challenge completed. Ja.